gerade eben haben wir uns jetzt eingesungen und so noch mal fürs konzert bisschen präpariert und heute morgen da waren wir noch in der stadt und haben uns so ein bisschen das treiben vom kirchentag angeschaut wer ist aufgeregt ich weiß nicht gleich irgendwo runter ich bin immer aufgeregt vor konzerten ich hoffe es mal das ist ja cool ja dann bin ich zwar wahrscheinlich aufgeregt oder wenn mehr leute da sind aber ich würde mich freuen wenn wir viele zuschauer haben ich habe das als klub anster plan sagt mir viel spaß mit chelsea kultur 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 Ich schloss, 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 das ist eh. Ein paar Lieder liefen richtig, richtig gut. Die mit Michi, also Michi war richtig gut. Unser Trompeter, der hat es richtig gut gemacht und ist ja auch mein Bruder, der hat es voll gut gemacht. Ich bin voll stolz. Ein paar Lieder liefen nicht so gut, aber ich fand es trotzdem richtig geil und es hat halt Spaß gemacht. Es war ein bisschen anstrengend, aber es hat echt viel Spaß gemacht. Es war ein tolles Publikum. Es waren halt nicht so viele, aber es waren halt den Singer. Und das war halt irgendwie, es war echt toll, es hat echt Spaß gemacht. Ich weiß nicht. Also auch wenn es echt anstrengend war, ich meine, ich mache die Mühe ja nicht umsonst. Das ist halt dieses Gefühl einfach, dass die Leute sich freuen und das macht einfach Spaß. Und das war einfach toll.